Ich freue mich sehr, dass ich heute hier die medienpädagogische und ethische Perspektive auf digitalitätsethische Souveränität mit einbringen darf. Insbesondere mit dem Begriffspaar Digitale Souveränität gibt es sowohl in der Medienpädagogik als auch Medienethik einige Anschlusspunkte, die dabei helfen können, aufzuzeigen, was digitalitätsethische Souveränität bedeuten könnte. Tatsächlich macht der Begriff der digitalen Souveränität in der Medienpädagogik seit einigen Jahren Furore und wird stark und kontrovers diskutiert, bis hin gar zu Vorschlägen, diesen als neue zentrale Zieldimensionen medienpädagogischen Handelns zu bestimmen. Kaya Tim etwa macht sich dafür stark, ihn sogar als Nachfolger des Medienkompetenzbegriffs einzusetzen. Sie schreibt dazu, die rasanten technologischen Entwicklungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, KI, die mit ChatGPT einen globalen Durchbruch verzeichnen konnten, machen deutlich, dass ein Begriff wie Medienkompetenz den Umgang mit diesen Technologien nicht mehr adäquat abbilden kann. Es soll daher argumentiert werden, dass sich eine moderne, auf digitale und die folgenden Technologien ausgerichtete Digitalpädagogik mit dem Konzept der digitalen Souveränität ein Feld erschließen sollte, das bisher die Pädagogik kaum in den Blick genommen hat. Sie sehen schon, Kaya Tim begründet ihre Fokussierung auf den Begriff digitale Souveränität, vor allem mit Blick auf die Entwicklung, auf die rasanten Entwicklungen, die wir im Bereich der Digitalisierung wahrnehmen können, beobachten können und grenzt diesen deshalb insbesondere von dem Medienkompetenzbegriff, also dem Medienbegriff ab. Also hier geht es primär darum, aufzuzeigen, dass eben Medienkompetenz deshalb nicht mehr ausreicht, weil wir rasante digitale Entwicklungen zu verzeichnen haben. Aber was bedeutet denn nun tatsächlich digitale Souveränität? Wie wird der Begriff in der Medienpädagogik, aber auch in der Medienethik verstanden? Ich hatte das große Glück, dass vor noch gar nicht allzu langer Zeit, erst 2022, Müller et al. eine Scoping-Review zum Begriff der digitalen Souveränität durchgeführt haben. Sie haben insgesamt rund 48 Texte sowohl aus der Medienpädagogik als auch aus der Medienethik, sowie aus angrenzenden Fachdisziplinen wie zum Beispiel der Informatikdidaktik in einer qualitativ-empirischen Studie ausgewertet. Neben wissenschaftlichen Texten fand sich darunter auch Policypapers und Handreichungen von Fachgesellschaften. Sie sind dabei auf drei zentrale vorherrschende Verständnisse zum Begriff digitale Souveränität gestoßen. Wobei hier tatsächlich der Fokus, anders als bei Kaya Tim, gar nicht so sehr auf Digitalisierung oder Medien lag, sondern vielmehr auf ein Verständnis dessen, was denn Souveränität eigentlich bedeutet. Und dabei wird zum einen der Begriff der Souveränität durchaus auch in einem umgangssprachlichen Sinne verwendet, etwa im Verständnis von Besonnenheit. Dabei sind vor allem alltagssprachliche Aussagen wie, naja, sie hat ihren Vortrag Souveränität gehalten, sie hat ein souveränes Auftreten gemeint. Es geht also um ein selbstsicheres Gebaren, um besonderes Handeln, bei dem man sein Handeln gar nicht groß hinterfragt, sondern zu seinem Handeln entsteht, ohne dass man sich von anderen allzu stark beeinflussen lässt. Etwas näher an dem Verständnis von Souveränität, wie es auch hier in diesem Forschungskolloquium wahrscheinlich vertreten wird, ist dagegen die Idee von Souveränität als Freiheit. Auch hier steht das Individuum und seine persönliche Unabhängigkeit, seine Freiheit im Vordergrund. Souveränität wird hier in die Nähe des Autonomiebegriffs gebracht und mit diesen sogar häufig gleichgesetzt. Dabei wird in den meisten Texten jedoch durchaus auch auf die Grenzen von Autonomie eingegangen, indem diese in Kontrast gesetzt wird, zur Notwendigkeit des Individuums als soziales Wesen zu agieren und sich auf andere und das Sozialgefüge einzulassen. Souveränität in einem solchen Sinne wird somit durchaus auch als begrenzt möglich angesehen, da das Ausleben der individuellen Freiheit jeweils nur so weit möglich ist, bis die Freiheit bzw. Souveränität von anderen eventuell bedroht wird. Von diesen beiden auf das Individuum bezogenen Perspektiven grenzt sich die dritte Perspektive dahingehend ab, als dass sie in einem traditionellen politikwissenschaftlichen Verständnis den Staat als zentralen Akteur in den Fokus nimmt. Versteht man Souveränität also als Macht, so wird damit die staatliche Hoheit über ein bestimmtes Territorium verstanden. Eine solche Perspektive sei laut den ausgewerteten Texten jedoch schwierig, ins Digitale zu übertragen und deshalb in den unterschiedlichen ausgewerteten Texten eher eine untergeordnete Rolle ein. Dennoch soll eine solche Perspektive hier an der Stelle nicht komplett ausgeklammert werden, da sie wertvolle Andockungspunkte für die Diskussion der Hintergründe des Begriffs liefert und auch nochmals vor Augen führt, wie und warum Souveränität im Diskurs teilweise unterschiedlich verstanden wird und konnotiert ist. Souveränität wird im traditionellen Verständnis als Zentralisierung von Macht, als Antwort auf die Unwägbarkeiten von pluralistischen Gesellschaften verstanden. Dabei kann sie in Bezug auf Staaten in eine äußere und eine innere Dimension differenziert werden. Die äußere Dimension betrachtet den Staat in Abgrenzung von anderen Staatsgebilden. Es geht also um die Unabhängigkeit des Staates. Seine territoriale Hoheitsmacht und seine zwischenstaatliche Handlungsfähigkeit. Bei der inneren Dimension wird dagegen die selbstbestimmliche staatliche Gestaltung der Ordnung fokussiert. Doch auch bei dieser traditionellen politikwissenschaftlichen Perspektive bleibt das Individuum, das ist für uns hier an der Stelle besonders relevant, nicht unbeachtet. Im Sinne einer Volkssouveränität rückt das Selbstbestimmungsrecht der BürgerInnen dagegen eben in den Blick. Für uns zentral bleibt zu fragen, was denn eine solche Perspektive und solche Verständnisse von Souveränität nun mit Blick auf die Digitalisierung bedeuten. Also was meint die Spezifizierung digitale Souveränität? Tatsächlich stehen hier alle drei Dimensionen des Souveränitätsbegriffs durch die Digitalisierung vor zentralen Herausforderungen. Das sei hier direkt angemerkt. Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren, also den Ideen von Kybernetik und Netzwerken, hatte der Souveränitätsbegriff, der auf Stabilität und Sicherheit fokussiert, zunächst erstmal an Bedeutung verloren. Allerdings hat sich ziemlich schnell gezeigt und ich denke, das ist etwas, das wir heute alle sehr gut nachvollziehen können, dass eine solche umfassende gesellschaftliche Transformation sowohl für Staaten als auch die und den Einzelnen eine Reihe von Fragen mit Zug auf Souveränität mitbringen. Denn die staatliche Autonomie und Digitalen wurde mehrfach erschüttert. Beispiele hierfür sind nicht zuletzt Snowden, der Brexit, die Trump-Wahl, Hackerangriffe, etwa die Abhöraktionen bei der Bundeswehr, Populismus im Netz und so weiter. Auch wirtschaftliche Konkurrenz, die Frage nach Sicherheit, der Umgang mit Desinformationen und die immer weiter zu diskutierende Frage, ob und wie viel Regulierung im Netz nötig sind, sollen hier lediglich als Beispiele dienen, wie eben Souveränität einerseits infrage gestellt wird, wie aber eben auch unterschiedliche Vorstellungen von Digitalisierung und digitalem Zusammenleben hier aufeinanderprallen. So diese lediglich kleine Auswahl an Beispielen wirft also schon direkt die Frage auf, inwiefern denn digitale Souveränität im Digitalen überhaupt noch möglich sein soll. Unbestritten bleibt, dass sowohl Staaten als auch Inviden im Zeitalter der Digitalisierung mit einer Reihe von Abhängigkeiten umzugehen haben. Diese habe ich Ihnen versucht hier auf dieser Folie abzubilden. Nicht zuletzt hier an dieser Stelle die Abhängigkeit von digitalen Technologien und Infrastrukturen selbst sei an dieser Stelle genannt, da wir diese, denke ich, auch alle sehr gut insgesamt nachvollziehen können. Wer kann sich heute schon ein Leben ohne Smartphone hier noch vorstellen? Weiter zu bedenken gilt aber auch, wer letztendlich für die Gestaltung dieser Infrastrukturen zuständig ist und wer diese bereitstellt. Dies sind häufig eben private AkteurInnen wie große Plattformunternehmen, etwa US-amerikanische oder chinesische Konzerne. Also hier haben wir im zusätzlichen Abhängigkeit nicht nur von digitalen Medien selbst, sondern auch von denjenigen, die diese anbieten. Und damit wird auch direkt der letzte Punkt direkt angesprochen. Die Abhängigkeit, wenn wir von US-amerikanischen chinesischen Konzernen sprechen, eben in geopolitischer Dimension, sowie der hier zu beobachtenden, eventuell auch zwischenstaatlichen Rivalitäten. Digitale Souveränität hat somit mit einer Reihe an unterschiedlichsten Widersprüchen selbst zu kämpfen. Das erklärt, weshalb der Begriff durchaus vielfältig und mit unterschiedlichen Konnotionen gebraucht wird, wie wir es eben in der Scoping Review gesehen haben. Digitale Souveränität meint, auch in medienethischen, medienpädagogischen Kontexten deshalb nicht unbedingt nur die Stabilität eines Staates in unweckbaren Zeiten oder den selbstbestimmten individuellen Mediengebrauch. Vielmehr gilt es auch, mit unvermeidbaren Abhängigkeiten umgehen zu können. Pole und Thiel bringen dies wie folgt auf den Punkt. Digitale Souveränität wird als effektives Mittel angesehen, um im Zuge der digitalen Transformation liberale und demokratische Werte sowie die individuelle Selbstwirklichung gleichermaßen zu realisieren. Nach europäischem Verständnis soll digitale Souveränität staatliche Macht nicht zementieren. Eine gegenseitige Abhängigkeit wird akzeptiert, nicht Einmischung, zumindest nicht absolut gesetzt. Hier sehen wir sehr deutlich und sehr schön, wie ich meine, dass digitale Souveränität und somit gar nicht unbedingt nur Selbstbestimmung meint, sondern auch das Händeln können, das umgehen können mit dem scheinbaren vermeintlichen Widerspruch von einerseits Selbstbestimmung und aber zugleich der Verunmöglichung von Selbstbestimmung im Digitalen. Also wie kann ich souverän sein und dennoch abhängig? Das ist so die zentrale Frage, vor der wir hier an dieser Stelle stehen. So, was bedeutet das nun auf den Punkt gebracht für eine medienethische und medienpädagogische Perspektive auf digitalitätsethische Souveränität? Ich denke, in den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass wir es bei dem Begriffskomplex in der Nutzung im medienpädagogischen und ethischen Kontext mit einer Reihe an Unschärfen zu tun haben und das umgekehrt gerade der Umgang mit eben diesen Unschärfen und vor allem auch vermeintlichen Widersprüchlichkeiten auch eine Chance einhergeht, da uns eben diese die Begrenztheit einer vollständigen Umsetzung von Souveränität im Digitalen, in welcher Ausbringung auch immer, vor Augen führt. Für den konkreten medienpädagogischen Umgang mit dem Begriffskomplex erscheint dabei jedoch eine Differenzierung bedeutsam. Digitale Souveränität umfasst sowohl Staat und Individuum. Beide Handlungsfelder sind zumindest in einer demokratisch organisierten Gesellschaft nicht unabhängig voneinander zu denken. Zugleich verweist der Fokus auf das Individuum in einem solchen Kontext jedoch auf die auch staatliche Aufgabe, Autonomie und Handlungsfähigkeit des Individuums, etwa durch Bildungsbemühungen sicherzustellen. So und damit kommen wir zu einer der zentralen Aufgaben der Medienpädagogik. Befehlungen dazu selbstbestimmt gut kompetent mit digitalen Medien umzugehen. Dass aufgrund dieser zentralen Aufgabe des Fachbereichs etwa von Kaya Tim digitale Souveränität als Zielgröße formuliert wird, habe ich bereits eingangs erwähnt. Von anderen MedienpädagogInnen wird dagegen durchaus auch noch Medienkompetenz als Basis für bzw. Ausgangspunkt von digitaler Souveränität angesehen. Ich habe Ihnen deshalb hier noch einmal die prominente Definition von Medienkompetenz nach Barke mitgebracht. Barke formuliert oder definiert Medienkompetenz wie folgt. Medienkompetenz meint also grundlegend nichts anderes als die Fähigkeit, in die Welt aktiv aneigner Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsreporter von Menschen einzusetzen. Medienkompetenz in einem solchen Sinne führt also dazu zu einer Befähigung einer souveränen Lebensführung. Hier wird Medienkompetenz quasi als Basis für digitale Souveränität letztendlich verstanden. Dass eben diese wiederum nicht nur auf das Individuum selbst fokussiert ist, sondern vielmehr dessen Handlungsfähigkeit in der Gesellschaft zum Ziel hat, das soll mit nachfolgendem Zitat wiederum veranschaulicht werden. Barke formuliert hier, Medienkompetenz verstanden als umfassende kommunikative Kompetenz und Handlungskompetenz geht von der unaufgebbaren Vorstellung eines Staatsbürgers aus, der im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten aber nicht durch sie determiniert seine soziale Verantwortung wahrnimmt. Dies zu ermöglichen, dazu sind Erziehung und Bildung unaufgebbar. Es handelt sich um eine ethische Voraussetzung medienerzieherischen Handelns. Ich finde hier sehr schön, obwohl hier gar nicht, natürlich noch nicht von digitaler Souveränität gesprochen wird, wie hier tatsächlich der Souveränitätsbegriff direkt schon anklickt in all seinen Voraussetzungen und Problemen, die wir jetzt schon diskutiert haben. Hier wird nämlich deutlich, Emme, hier, Emme, wir haben äußere Grenzen. Wir haben nicht die Möglichkeit vollständig autonom, vollständig souverän zu sein, weil es immer schon äußere Begrenzungen gibt, die eben berücksichtigt werden müssen, aber das Individuum und das ist, denke ich, das Zentrale hier, das Individuum nicht determinieren sollten. So, und damit wird nun auch die enge Beziehung von Medienkompetenz, Medienethik und digitaler Souveränität deutlich. Wobei mit dem Einbezug der medienethischen Perspektive eine weitere Unbestimmtheit des Begriffspaars deutlich wird. Bislang wurde einfach vorausgesetzt, dass Souveränität, digitale Souveränität, etwas Positives und Erstrebenswertes ist. Näher begründet wurde das jedoch nicht, beziehungsweise nur bedingt. Und dann etwa in Bezug auf verwandte Begriffspaare, wie etwa Autonomie oder Freiheit, die wiederum eingeschränkt wurden. Das heißt, was Zentrales hier an dieser Stelle ist und darauf beweisen insbesondere auch die Fachdisziplin der Medienethik, dass wir eine normative Dimension digitaler Souveränität von Haus aus immer mitzudenken haben, die letztendlich den Begriff mitbestimmt. Und damit kommen wir zu einem zentralen Begriff des Forschungskolloquiums, nämlich zum Begriff der digitalitätsethischen Souveränität. Denn dass digitale Souveränität, insbesondere in der Medienpädagogik, trotz seiner Unbestimmtheit häufig als zentrale Zieldimension angesehen wird und beschrieben wird, das verweist eben auf die unterschwellige und normative Aufgeladenheit. Je nach Text und je nach Kontext werden so mit dem Begriff eine Reihe von normativen Ansprüchen verbunden. Digitale Souveränität wird etwa als Verwirklichung von Demokratie, individueller Autonomie durch Datenschutz oder Privacy etwa, durch die Würde des Menschen, durch Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, durch Gleichbehandlung und Diversität, durch Toleranz entsprechend angesehen und verbunden. Wichtig dabei ist jedoch zu bedenken, dass die normative Aufladung des Begriffs je nach Kontext und Gebrauch unterschiedlich sein kann. Pohl und Thiel verweisen etwa im internationalen Vergleich darauf, dass die normative Bestimmung des Begriffskomplexes vorwiegend in Deutschland zu beobachten ist. Eben in dieser Lücke und in diesem Feld der Unbestimmtheit des Begriffspass digitale Souveränität könnte eine Klärung und spezifische ethische Perspektive in Form des Begriffskomplexes digitalitätsethische Souveränität hilfreich sein. Nach der Arbeitsdefinition könnte ich hier insbesondere etwa auch die Ausführung davon, was denn überhaupt ein gutes Leben mit digitalen Technologien bedeutet, für Klarheit sorgen. Und hier kommen wir jetzt nochmal eben zur Arbeitsdefinition digitalitätsethischer Souveränität, wie er hier eben im Forschungskolloquium aktuell vorliegt. Hier wird digitalitätsethische Souveränität verstanden als die Fähigkeit und Bereitschaft in der digitalen Welt und mit digitalen Technologien gut, selbstbestimmt, partizipativ und solidarisch zu leben. Weitere Impulse dazu, wie der Begriff digitale Souveränität normativ näher bestimmt werden kann, finden sich immer in medienethischen Positionierungen zur digitalen Souveränität, etwa von Schicha, wo jedoch allerdings der Fokus auf digitalen Kommunikationspraktiken liegt. Digitale Souveränität wird hier mit normativen Ansprüchen, wie etwa die Rede, Meinungs- und Informationsfreiheit verbunden, mit informationeller Gerechtigkeit, mit informationeller Grundversorgung oder auch informationeller Selbstbestimmung. Doch wie lassen sich nun entsprechende medienethische Anforderungen an digitale Souveränität tatsächlich in der Praxis umsetzen? Das ist natürlich eine große Frage. Eine erste Idee dazu, wie das funktionieren kann, findet sich zum Beispiel in Perksons Utopie von einer redaktionellen Gesellschaft. In dieser besitzen alle Menschen grundlegende journalistische Kompetenzen, die auch professionsethisches Wissen und Können umfasst. An eben dieser Stelle und eben in dieser Utopie wird die enge Verbindung und vor allem auch Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Medienpädagogik und Medienethik nochmal deutlich. Denn Medienkompetenz umfasst auch eine starke ethische Komponente, die sich wiederum nicht nur auf das Individuum bezieht, sondern das Individuum als wichtigen Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens betrachtet. Auch hier habe ich Ihnen erneut, wir schauen in die Vergangenheit, ein Zitat von Dieter Barke mitgebracht, wo das, wie ich meine, sehr schön deutlich herausgearbeitet wird. Er schreibt, Wollen wir die vierfach ausdifferenzierte Medienkompetenz in Form von Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung nicht subjektiv individualistisch verkürzen, müssen wir ein Gestaltungssiel auf überindividueller, eher gesellschaftlicher Ebene anzielen, nämlich den Diskurs der Informationsgesellschaft. Ein solcher Diskurs würde alle wirtschaftlichen, technischen, sozialen, kulturellen und ästhetischen Probleme einbeziehen, um so die Medienkompetenz auf dem Laufenden zu halten. Hier wird ein zentraler Knackpunkt, auf den wir immer wieder stoßen, wenn wir den Souveränitätsbegriff nutzen, sehr schön eingebunden, nämlich das Zusammenspiel zwischen Individuum und Gesellschaft und Staat. Und damit kommen wir abschließend zu einem zentralen Aspekt, der natürlich mit Blick auf digitalitätsethische Souveränität nicht außen vor bleiben kann, nämlich der Frage, wie medienethische Kompetenzen zur Erlangung medienethischer Souveränität beitragen können. Zentral wird hier die Frage, wie wir diese letztendlich ausformulieren können. Hier können wir auf klassische ethikdidaktische Beispiele zurückgreifen, die immer in den klassischen Dreischritt von der Wahrnehmung, vom Seelen über das Urteilen bis hin zum Handeln ausklamüsern. Hier haben wir allerdings, wenn wir hier von medienethischen Kompetenzen sprechen, immer einen weiteren wichtigen Faktor, den wir einbeziehen sollten, nämlich der Bedeutung von Medien für den Diskurs. Und damit wird deutlich, dass es eben nicht ausreicht, nur zu hinterfragen, wie ich moralisch handeln kann, sondern eben auch zu hinterfragen, wie ich mich am Diskurs beteiligen kann, wie ich entsprechend hier als Enviduum dazu beitragen kann, die Gesellschaft mitzugestalten. Wie ein solches Zusammenspiel aussehen kann, dieser unterschiedlichen Kompetenzebenen, zeigt etwa das interdisziplinäre Frankfurt-Dreieck für Bildung in der digital vernetzten Welt. Das Frankfurt-Dreieck diente daher mir als Impulsgeber für eine Konkretisierung des Arbeitsmodells für medienethische Kompetenzen. Seine besondere Stärke liegt einerseits in der Berücksichtigung der drei Handlungsschritte Analyse, Reflexion, Gestaltung, die natürlich, Sie sehen es schon, direkt übereinstimmen mit dem ethischen Dreischritt 10, Urteilen, Handeln und dabei aber tatsächlich die Handlungsdimension noch mal weiterdenken auf die Ebene hin zur Gestaltung. Zugleich öffnen sie jedoch auch weitere Anschlussebenen, die, wie ich meine, für das Begriffspaar digitale Souveränität beziehungsweise digitalitätsethische Souveränität von großer Bedeutung sind. Hier haben wir einmal die Ebene der technologischen und medialen Strukturen und Funktionen, die Seite der gesellschaftlichen und kulturellen Wechselwirkung, sowie die Interaktionsebene, die direkt wieder zurückspiegelt auf das Individuum. Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass aus medienethischer Sicht, insbesondere mit Blick auf das Publikum, zunehmend der Mensch in den Fokus rücken muss. Die Perspektive geht weg von einer anonymen, kollektiven, schutzbedürftigen und passiven Masse hin zu einem handlungsfähigen Individuum. Dabei zeigen sich Parallelen zu den Perspektiven, die aus medienpädagogische Sicht auf das Subjekt geworfen wurden. Wir hatten ursprünglich in der Medienpädagogik genauso aber auch in der Medienethik die Idee eines schwachen Subjekts, das geschützt werden muss vor vermeintlich schädlichen Medieneinflüssen, was dann entsprechend tatsächlich aufgeweitet worden ist, insbesondere, Sie sehen es hier an der Folie, 1980er Jahren hin zu der Idee eines starken Subjekts, dessen Kompetenzen gefördert werden müssen, damit eben die und der Einzelne befähigt wird, Medien eigenständig und selbstbestimmt zu nutzen und zu gestalten. Hier hatten wir die Idee eines starken Individuums, das eben durchaus autonom, aus heutiger Sicht würden wir sagen, souverän mit den Medien und auch ihren Herausforderungen umgehen kann. Eine derartig positive Perspektive auf das Handelssubjekt wird jedoch zunehmend in Frage gestellt. Wir haben hier Herausforderungen, die wir alle kennen, eben durch Dateninfrastrukturen, durch KI, durch Plattformisierung und so weiter. Sie erinnern sich an Kaya Tim, die eben aus diesem Grunde eben auch digitale Souveränität als neue Zieldimension anvisiert. Wie können wir damit umgehen? Wir müssen, so zumindest die Idee heute häufig in der Medienpädagogik, tatsächlich davon ausgehen, dass das starke Subjekt so in der Form nicht bestehen bleiben kann, wenn es überhaupt tatsächlich jemals erreicht werden konnte, dass jemand als starkes Subjekt agieren konnte. Vielmehr gehen wir heute in der Medienpädagogik von einer Idee des relationalen Subjekts aus, dass eben durchaus eingeschränkt wird durch äußere Einflüsse. Und damit möchte ich zum Abschluss noch einmal auf einen zentralen Schlüsselbegriff der Medienethik kurz kommen und diesen kurz andiskutieren, nämlich den Begriff der Verantwortung. Wenn wir heute nicht mehr von einem starken Subjekt ausgehen, sondern von einem relationalen Subjekt, gilt es zu hinterfragen, auf welcher Ebene welche Verantwortungen letztendlich verortet werden können und wie vor allem diese unterschiedlichen Verantwortungsdimensionen Hand in Hand gehen können. Ich habe Ihnen hier eine klassische Darstellung mitgebracht, wie wir Verantwortung häufig, zumindest in der Medienethik, versuchen auszudifferenzieren und darzustellen, wo wir eben sehen, wir haben hier auf der Mikroebene eben die Verantwortung des Inviduums, die Individualethik, wo danach gefragt wird, wie agiert die und der Einzelne. Auf der weiteren Zwischenebene haben wir die MESO-Ebene, die Verantwortung der Institutionen, wo es eben Professions- und Institutionsethik geht und um die Frage, wie agieren unterschiedliche Berufsstände, Institutionen und Medienunternehmen, einerseits eben um die digitale Welt mitzugestalten, andererseits sich aber auch dafür einzusetzen, dass eben zum Beispiel Kompetenzen, Digital Literacy vermittelt werden kann und dann eben ganz oben auf der Makroebene die gesellschaftliche Verantwortung, etwa des Staates, wo es um die Gestaltung der Rahmenbedingungen für das digitale Mediensystem und aber eben auch für Bildungssysteme geht. Hier wäre es zu fordern, dass alle drei Bereiche natürlich zusammen gedacht werden müssen und letztendlich auch aufzeigen können, wie digitale Souveränität trotz aller Einschränkungen oder eben auch vielleicht gerade aufgrund aller Einschränkungen tatsächlich im digitalen Raum gestaltet werden kann. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags, meines Impulses und danke herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Auf Wiedersehen!